Papa mag lieber nicht so hoch oben Papa sein. Papa mag nicht so hoch oben Papa sein. Das kann ich f***. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Ich bin mein kleiner Bruder Wutz. Ich bin mein kleiner Bruder Wutz. Genau so steht mir das vor. Das ist das. Das ist Papa Wutz. Und das ist Mama Wutz. Interessante Familienverhältnisse hier. Wutz. Frau und der Wüß. Frau Mimmel. Peppa und ihre gehen auf Sommer. Guck mal, hier stehen lauter, lauter. Olek führt seinen Abschleppwagen. Wollt ihr mal von meinem Abschleppwagen hören? Frau führt das Feuerwehrauto. Das ist das Signal. Und Frau Mimmel führt ihren Rettung. Und das ist das Signal, das mein Hubschrauber macht. Rückwärtsgang im Hubschrauber. Rückwärtsgang im Hubschrauber? Wollt ihr mal eine Runde mitfliegen? Kein Platz. Na schön. Oh weh. Kein Problem. Ich guck von hier unten. Papa mag lieber nicht so hoch oben Papa sein. Papa mag nicht so hoch oben Papa sein. Das kann ich gut nachvollziehen. Der Hubschrauber geht in der Hubschrauber. Der Hubschrauber geht in der Hubschrauber? Ohoho. Da geht er kaputt. Das macht Bumm. Der fliegt gerade nach hier. Und gerade nach unten. Er kann sogar Looping fliegen. Wie schnell kann der Hubschrauber umdrehen? Also. Bulle, Bagger, Bulle. Ja. Hallo, Frau. Ich habe hier ein mächtig große Frau. In Ordnung. Mächtig große Frau. Wie können Sie so ein mächtig großes Su-Su-Su-Eben mitfangen? Die haben da einen Kran stehen und kriegen das nicht hoch. Starte Magneten. Su-Su. Das Ding würde doch den Hubschrauber nach unten an, Alter. Und was machen Sie? Ähm, ich habe überlegt. Ich weiß, ich lege es hier ab. Da findet man es dann nicht. Einfach auf der Straße abgelegt, Alter. Was ist das für eine Serie? Und jetzt? Aber was ist mit Aber? Was ist mit Aber? Hallo? Der amüsiert sich da schön, Alter. Papa Wutz? Hallo? Kannst du alleine heimfahren? Fromme? Hallo? Papa Wutz? Müll bringt uns jetzt. Ein sehr interessantes Telefonat, Mann. Jetzt nach Hause. Ist gut. Papa, wir sind geflogen. Warum erinnert mich bei Papa Wutz bei YouTube-Kacke, wo er so spricht, immer an Cheffrau? Raub und raub und raub. Oh, äh, zu. Hallo? Dass ich das verpasst habe. Wir sehen uns zu Hause. Schaden. Wir sehen uns zu Hause. Schade. Ich finde es auch immer schade, meine Familie zu sehen. Wo kommt das Wo denn her? Wo kommt das Wo denn her? Ja, super. Wieso legt man das auch mitten auf der Straße ab, Mann? Wo? Ich weiß, ich nehme eine ab. Ich nehme eine ab. Da ist doch nur Wiese und eine Straße. Wie Kinder. Das ist ein bisschen Matten, Matten. Das ist ein bisschen Mama. Ja, ich denke auch immer mit laut und der Mama fest. Komm schon, Matten, Matten. Papa Wutz muss doch nach aufer. So redet der in der dritten Person von sich. Papa Wutz. Ich rufe Opa Wutz mit seinem Ab-Ab-Abschleppwagen. Ruf doch Frau Mümmel, die kann ich rausholen. Hä? Rufen jetzt alle dort an. Ich stecke im Schlamm. Können Sie kommen und mich rausziehen, bitte? Tut mir leid, Papa. Ich kümmere mich gerade um Papa. Ich leite Sie weiter an den nächsten Rettungsdienst. Papa. Der hat das Rohr nicht da rausgekriegt, will das aber jetzt mit seinem Kram dort abholen, oder was? Hallo? Hier wer... Ich stecke im Schlamm. Tut mir leid, Papa Wutz. Ich rette gerade eine Schildkröte, die auf einem Baum fest sitzt. Andere Geschichte? Ja. Was ist das für ein Lennr? Oh, oh, oh. Ege. Frau Mümmels Hubschrauber hat Frau Mümmel. Hurra! So ist sein Glück. Das stimmt auch wirklich. Jetzt kriegt Papa doch noch einen Papadou. Sollen wir ihm zeigen, was der Hubschrauber alles kann? Er fliegt gerade nach oben. Oh, 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 oh. Und auch gerade wieder runter. Nein, jetzt macht man nicht den Looping, Alter. Er kann sogar fliegen. Oh, 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 oh. Sie macht wirklich den Looping, Alter. Oh, 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 oh. Es ist wirklich so. Diese Serie soll kinderfreundlich sein. Äh, äh. Die Kinder lernen jetzt, du kannst mit dem Helikopter, während dem Auto dran hängt, Looping ziehen. Sehr geil. Ja, sehr geil. Bald sehen wir da die neueste Generation von Erwachsenen dann mit dem Helikopter lang fliegen, Auto dran hängen und Looping machen. Den ganzen Tag. Das geht den ganzen Tag so. Jeder fliegt gerne raus. Wobei, das müssten wir dann auch machen. Die Scheiße läuft ja schon seit 2014. 2014. Auf und runter und rundherum in Frau Mümmels Hubschrauber. In Hubschrauber, oder? Sehr geil. Hier ist was los, Alter. Was? Also, ich habe verstanden, dass ich kein Wort verstanden habe, Alter. Das war aber irgendwie cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like, damit nicht gehalten, abonniert. Die sind vor allem nicht und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.